Wir sind jetzt hier im Traffic-Studio für den Katalog von U-Sport und ich hab die Sachen jetzt an. Die Prodiktionen sehen richtig geil aus. Ich darf mich jetzt zum Fotoshooting machen. Danach werden noch ein paar Videos gedreht wie ich fliege. Ja, legen wir jetzt los. Ich hab richtig Bock. Es muss gut aussehen.